Liebe Community, heute müssen wir uns mal über Datenschutz unterhalten. Ich weiß, kein tolles Thema, aber gerade für Entwickler und Website-Betreiber wahnsinnig wichtig. Das heutige Thema trifft jedes Unternehmen, jede Website da draußen und vor allem aber auch jede Schule und im Zweifelsfall jede selbst gehostete Software. Denn die großen Tech-Unternehmen Microsoft, Google und Facebook sind mit ihrer Software und ihren Bibliotheken quasi überall und das kann teuer werden. Wie ihr wisst, habe ich vor kurzem meine Academy veröffentlicht und wir sind nun bald durch mit den wichtigsten Bugfixes. An der Stelle nochmal ganz kurz der Hinweis, ihr könnt mittlerweile selbst Webinare über die Academy halten, sobald ihr Level 15 in einem Skill habt. Erfahrungspunkte bekommt ihr beispielsweise durch das Schauen von Videos und wir fügen immer mehr Aktionen hinzu, die euch das geben. Zum Beispiel Coding-Challenges und Aufgaben kommen bald. Aber ihr könnt mir auch einfach Nachweise schicken, etwa aus eurem Studium. Und dann schalte ich für euch die Möglichkeit, frei Webinare selbst zu erstellen. Das kostet euch nichts, aber wir haben eben dadurch eine gewisse Qualitätskontrolle. Meldet euch deswegen gerne bei mir. Ich freue mich drauf, wenn die Community sich gegenseitig weiterbildet. Aber nochmal zurück zur Academy. Wir hatten bis vor einem gewissen Urteil Google-Schriftarten in Verwendung und ab dem Urteil hat sich alles ein wenig geändert. Das Landgericht München hat am 20. Januar nämlich 100 Euro Schmerzensgeld zugunsten eines Webseiten-Nutzers verhängt, weil Google-Fonds auf der Webseite eingebunden waren. Das hört sich banal an, aber seither rollt der Schneeball auch auf der technischen Seite, denn wenn jeder Nutzer das macht, wird's heftig. Das Urteil sieht im Endeffekt, dass die Website die IP-Adresse des Besuchers an Google weitergibt. Auch einfach nur beim Besuch der Webseite, ohne dass zuvor Cookies oder Datenschutzerklärungen akzeptiert würden. Das passiert so, wenn ihr Google-Fonds klassisch einbindet, also beispielsweise über so einen Link, beispielsweise so wie hier gezeigt, dann passiert folgendes. Sobald der Benutzer eine Website aufruft, wird eine Anfrage vom Browser des Benutzers zu fonts.googleapis.com geschickt. Das ist natürlich ein Server von Google und dementsprechend empfängt Google auch die IP-Adresse des Benutzers, die ist immer im Browser-Request enthalten. Die IP-Adresse zählt allerdings gemäß DSGVO als personenbezogenes Datum und zwar deshalb. Nehmen wir an, ihr habt ein Google-Konto, mit dem ihr dieses Video hier schaut. Dann weiß natürlich Google, dass ihr irgendwas mit IT zu tun habt. Darauf basierend wollen sie euch Werbung zeigen, aber sie haben auch ein Interesse, euch genau die Werbung zu zeigen, die für euch interessant ist. Wenn ihr nun also auf einem Online-Shop des Vertrauens ein paar Süßigkeiten findet, die ihr euch zu Weihnachten gönnen wollt, der Shop aber Google-Fonds einbindet, weiß Google, dass ihr das seid. Ist ja eure IP-Adresse, mit der ihr euch im Google-Konto auch angemeldet habt. Klar, es könnte auch eines der anderen Haushaltsmitglieder oder ein Gast sein, aber das schränkt es dann doch etwas ein. Immerhin teilt man häufig Interessen mit Freunden oder Familie. Google hat somit also so etwas wie ein Tracking ohne Tracking-Cookie. Das ist ein bisschen vereinfacht, aber das ist so die Grundproblematik. Tracking und Persönlichkeitsprofile. Und ja, man kann hier argumentieren, dass Android und auch Chrome ein Problem sind. Dagegen kann man aber halten, dass bei denen schon Google draufsteht und man könnte ja auch einfach was anderes benutzen. Daraus resultiert aber eigentlich eine einfache Lösung. Aber das Ganze hat eben, wie üblich, einen riesigen Rattenschwanz. Essentiell in dem Urteil ist nämlich die Begründung, dass es technisch nicht notwendig ist, die Schriftarten von Google zu beziehen. Und hier kommen wir zu CDNs. Diese Content-Delivery-Networks könnt ihr euch so vorstellen. Überall auf der ganzen Welt verteilt hat Google Server stehen. Auf jedem dieser Server liegt, auch hier wieder vereinfacht gesprochen, diese Schriftart rum. Und wenn eure Website die lädt, holt sie sie sich vom allernächsten Google-Server. In den meisten Fällen wird das für euch Frankfurt sein. Das reduziert natürlich die Latenzen, als wenn ihr jetzt irgendwie die Schriftart von New York beziehen müsstet. Die Latenz hängt nämlich zu einem großen Teil davon ab, wie weit sich diese Ressource, also die Schriftart, vom Zielgerät, also dem PC oder Handy des Users entfernt ist. New York dauert für einen deutschen User im Durchschnitt also deutlich länger als Frankfurt. Das Problem, wenn einer eurer User in New York wohnt, habt ihr eine internationale Website und internationale Besucher. Und die werden leiden. Denn dann lohnt sich meist der CDN, der sowohl in New York als auch in Frankfurt steht. Im Gegensatz vielleicht zu eurer Website. Dennoch stieg die Angst vor Abmahnung bei den Betreibern und die Lust auf Abmahnung bei gewissen Anwälten. Deswegen sind die meisten Websites nun zum Selbsthosten der Schriftarten übergegangen. Das heißt, wird die Website geladen, laden vom selben Server die Schriftarten mit. Sie liegen also beim Website-Betreiber und nicht mehr bei Google. Das kann man einfach machen, das geht, das ist erlaubt und macht keine Probleme. Eine Schriftart alleine macht nämlich eigentlich noch kein Tracking. Doch jetzt wird's kritisch. Was ist mit euren Dienstleistern? Wir haben aktuell bei der Academy zwei wirklich externe Dienstleister, die ihren APIs wie einbinden. Gleap und ein Capture. Gleap ist unser Bug-Tracking-Tool, in das ihr direkt Bugs rein übermitteln könnt oder eben uns Anfragen schicken könnt. Viele von euch haben das auch schon kennengelernt. Und falls ihr noch keine Antwort habt, sorry dafür, wir sind fleißig am fixen und dran. Wir haben euch nicht vergessen. Gleap hat seinen Standort in Österreich, also datenschutzrechtlich eigentlich kein Problem. Denn nur wenn die Daten in die USA gehen, ist das wirklich problematisch. Alle anderen Dienstleister kann man, kurz gesagt, einfach in der Datenschutzerklärung aufzählen und schon ist gut. Das Problem, Gleap hat vor einer Weile auch Google-Fonts noch genutzt und sie vom CDN geladen. Wir hatten Glück, weil wir natürlich zu dem Zeitpunkt die Academy noch nicht veröffentlicht hatten. Aber wir haben dann auch ein Bug-Report an Gleap schicken müssen und die mussten das erst bei sich fixen, bevor wir unsere Website hosten konnten. Und wenn es das natürlich in Production passiert, ist das unangenehm. Noch problematischer ist unser Capture. Wir sind aktuell noch bei ReCapture, das von Google ist. ReCapture bekommt also eure IP-Adresse, sobald ihr die Website betretet. Denn ich kann euch ja nicht die Option geben, das Capture zu deaktivieren. Sonst könnte einfach jeder Bot ja sagen, nö, ich will kein Capture. Ich würde gerne mal einfach so die Website vollspammen, bitte. Wir hatten tatsächlich genau dieses Problem und unsere E-Mail wurde deswegen von unserem Betreiber sogar blockiert, weil wir quasi automatisiert Antworten geschickt haben, weil unser Capture zu locker eingestellt war. Wir sind also verpflichtet, ein Capture zu integrieren, das man nicht deaktivieren kann. Gleichzeitig erfordert allerdings die DSGVO, dass ReCapture keine Schriftarten nachlädt, was sie leider tun, und wir müssen es optional machen. Denn die nachgeladenen Schriftarten sind natürlich Google-Fonts. Mit anderen Worten, ReCapture ist umstritten und unter Umständen gar nicht legal nutzbar für jede Website, die der DSGVO unterliegt, sprich für alle europäischen Websites. Mir fällt ein ganzer Haufen ein, die allesamt noch ReCapture benutzen. Aber immer mehr Websites stellen um auf. AgeCapture zum Beispiel. Habt ihr vermutlich auch schon häufiger gesehen. Ich meine es selbst mal bei manchen behördlichen Websites gesehen zu haben. Datensparsam, DSGVO-konform und mit Firmenstandort in den USA. Und allein dadurch ist es schon wieder potenziell problematisch. Ich hab relativ viele Mails mit unserem Datenschutzanwalt ausgetauscht und er hat uns dringend davon abgeraten, ReCapture weiter zu verwenden. Aber auch von AgeCapture oder Turnstyle, dem Capture von Cloudflare, hat er abgeraten. Auch hier gilt, die Firmen sind US-amerikanisch, weswegen eine Website immer um Erlaubnis fragen muss, um die Dienste zu verwenden. Das ist aber bei Captures genau das, was man ja nicht machen darf, da man sonst für Bots Tür und Tor öffnet. Er hat uns als Alternative Friendly Capture empfohlen. Das Problem? Das Pricing. Friendly Capture kostet nichts für private Websites. Für kommerzielle Websites fängt es ab 9 Euro pro Monat für nur 1000 Anfragen an. Das macht natürlich für die wenigsten Websites Sinn. Es gilt also, die Anfragen massiv zu reduzieren, beispielsweise indem man ein Capture nur noch bei der Registrierung drin hat. Wir könnten natürlich klar auch Advanced nehmen, da sind es dann bis zu 50.000 Anfragen pro Monat, aber es kostet halt auch 200 Euro im Monat. Tja, und am Ende des Tages bleibt eine eigene Lösung oder eine Frickellösung, denn entweder sagt der Datenschutz oder die Geldbeutel nein. Und weder das eine noch das andere sollte man vernachlässigen. Auch wenn es sich so anhört wie das Ende des Videos, ich bin noch nicht fertig. Es wird noch krasser. Aber schon an der Stelle kann ich mal ein Zwischenfazit ziehen. Denn ich finde es absolut unschön, wenn nicht sogar absolut furchtbar, dass große, beliebte Dienstleistungen einfach nicht legal betrieben werden können oder sie einfach zu unsicher für eine Nutzung sind, weil sich jederzeit die rechtliche Lage ändern kann. Noch benutzen wir ReCapture, aber wir sind gerade an einer neuen Implementierung und vermutlich solltet ihr das auch angehen, wenn ihr im neuen Jahr keine Probleme bekommen wollt. Klar, die technische Notwendigkeit ist gegeben für einen Capture, aber wie lange diese Begründung noch reicht, weiß man nicht. Und immer die IP an Google zu schicken, ist auch nicht besonders die angenehme Art, ihr versteht. Doch es geht noch weiter. Auch wenn ich diesmal nicht selbst betroffen bin, ist das wohl für viele von euch der größte Punkt. Auch für Microsoft 365 wurde eine neue Bewertung veröffentlicht, nach welcher die Nutzung problematisch ist. Das betrifft öffentliche und nicht öffentliche Anwender, also Behörden, Unternehmen und auch Schulen. Und wichtig nochmal zu betonen, es geht nicht um den Datenschutz bei Microsoft, sondern bei den Anwendern. Das heißt, es könnte sein, dass eine Behörde Excel nicht mehr datenschutzkonform benutzen darf. Also quasi Existenzgrundlage gefährdet. Wobei, Fax geht ja noch. Um DSGVO-konform zu sein, muss eine Firma einen Nachweis liefern, dass alle Dienstleister, mit denen sie arbeitet, auch DSGVO-konform sind. Klar, wenn nur einer es nicht ist, dann landen die Daten potenziell überall. Und eben dieser Beschluss der Aufsichtsbehörden will das für Microsoft Online-Dienste klären. Und ja, Spoiler, genau diesen Stempel geben die Datenschützer Microsoft nicht. Zitat, Solange insbesondere die notwendige Transparenz über die Verarbeitung personenbezogener Daten aus der Auftragsverarbeitung von Microsofts eigene Zwecke nicht hergestellt und deren Rechtmäßigkeit nicht belegt wird, kann dieser Nachweis nicht erbracht werden. Das heißt im Klartext, die Microsoft Online-Dienste sind mit dem Datenschutznachtrag vom 15.09.2022 nicht DSGVO-konform. Das heißt, für jedes einzelne Unternehmen, jede Behörde und jede Schule, wenn Online-Dienste von Microsoft genutzt werden, ist das ganze Unternehmen eventuell nicht mehr DSGVO-konform. Microsoft sagt dazu, Zitat, Wir teilen die Position der DSK nicht. Wir stellen sicher, dass unsere M365-Produkte die strengen EU-Datenschutzgesetze nicht nur erfüllen, sondern oft sogar übertreffen. Unsere Kunden in Deutschland und in der gesamten EU können M365-Produkte weiterhin bedenkenlos und rechtssicher nutzen. Zitat Ende. Demnach reicht auch angeben, aber in der Datenschutzerklärung nicht. Es ist schlicht nicht mehr möglich, die Dienste zu nutzen. Ich meine, klar, was sollen sie sagen? Also Microsoft jetzt, ne? Microsoft sagt, es sind Missverständnisse, die noch zu klären sind, aber dennoch heißt das nun grundsätzlich, könnte eine Nutzung von Office 365 problematisch sein. Doch dort hört es eventuell gar nicht auf. Microsoft Teams, das bei vielen Firmen mittlerweile quasi die vollständige Kommunikation des Unternehmens abbildet, könnte auch ein Problem sein. Und selbst Microsofts Cloud, Azure, wurde oft schon ein wenig bemängelt und könnte dann als nächstes ins Fadenkreuz kommen, sozusagen. Was bleibt also mitzunehmen für euch? Grundsätzlich ist erstmal alles problematisch. Ihr nutzt gerne Libraries oder Dienstleister? Klar, aus der Entwicklersicht macht das wahnsinnig viel Sinn. Man erspart sich Arbeit und die Qualität beliebter Tools ist oft höher. Umso mehr finde ich es schade, dass die meisten Tools einfach gar nicht benutzt werden können, weil sie dann dem eigenen Vorhaben Datenschutzprobleme machen können. All diese Urteile und Aussagen haben aber eines gemeinsam. Hätten wir von allem eine Open Source Self-Hosted Lösung, würden wir die auch direkt nutzen, dann hätten wir keine Probleme. Doch das ist nicht immer so einfach. LibreOffice in Schulen, Self-Hosted Nextcloud und mehr. Es ist soweit möglich, aber deutlich komplizierter. Leider gibt es noch keine Hilfestellung für kleine Unternehmen oder auch für Schulen vom Gesetzgeber. Im Gegenteil, da macht eine Abmahnung oft am meisten Spaß. Aber eins ist mir bei dieser Debatte wichtig. Es wäre nun einfach, hier den Datenschutz als schlecht abzustempeln, als Nachteil deutscher Firmen, als leidiges Ding, das nicht müsste, aber das ist ziemlich einfach gedacht. Wäre Microsoft oder Google DSGVO-konform, sprich würden sie einfach hier in Europa ein Datenzentrum eröffnen, das keine Daten in die USA schickt, wäre das wohl alles kein großes Problem. Das Problem liegt also nicht beim Datenschutz, denn der ist sinnvoll und gut. Das Problem liegt in der Umsetzung und vor allem in der Komplexität dieser Umsetzung. Das darf man nie vergessen. Aber ich hoffe, dass diese Urteile dann auch entsprechend für diese beiden großen Tech-Giganten wegweisend sein könnten. Sonst, ein Tipp von meiner Seite. Wenn ihr etwas aufbaut, schaut direkt von vornherein, was problematisch sein könnte. Und für Fans von Open Source, es gibt eine wahre Marktlücke an echten Alternativen zu den berühmten APIs von Google und Microsoft. Die dürfen für Firmen und Behörden ruhig was kosten, damit sie mithalten können. Also fühlt euch gerne dazu motiviert, es besser zu machen. Danke.